Hallo Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde World of Warcraft im Tempel von Katmandu Katmandu Katmogu äh ja, irgendwie so, Katmogu Katmogu ja, ich bin immer noch mit meinem Duo hier unterwegs ich bin immer noch 81 Level 81 hab grad noch ein bisschen gequestet, heute ging es eigentlich relativ schnell es ist 49 30 Minuten hab ich ungefähr gesucht aber man kommt vorwärts so und dann buffen wir uns mal alle hier zack ein Buff ähm ich glaube das haben wir auch schon mal gehabt welches es 1500 Punkte hat, hat gewonnen und wir müssen probieren die Flaggen so lang wie möglich zu halten bei die geben halt die Punkte ich probiere auch mal wieder eine Flagge zu holen, so wie letztes Mal allerdings war es dann ziemlich langweilig weil ich stand ja nur noch in der Ecke und hab da gewartet bis einer kommt obwohl letztes Mal die Runde wo ich hier drin war, die war so ziemlich langweilig was war das? ja, letztes Mal die Runde war sowieso ziemlich langweilig, weil wir ja so schnell gewonnen haben da ja, immer so denn er hat Ich bin schnelleren Rechner, haha. Oder die schnellere Internetleitung. Ne, ich nehme keinen. Das war ja Klo. Ich war der Erste. Der allererste, der gestorben ist. Hallo, was dauert denn hier so lange? Ich will kämpfen. Ich bin nicht so schnell losgelaufen. So. 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 Ah, die Runde verlieren wir. Schau mal, weil danach ich dich gekriegt habe. Lass mal Baffen hier. Waffen aufs Sattel. So. Was machen die denn da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir hier sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Waffe! Gute an Waffe! Weiter! Weiter! losreiten aber ein Violanti das ist auch ein Druide, der Jojo der kommt immer wieder zurück, deswegen heißt er Jojo der Jojo der Jojo wieder die Russen, lol sind das wirklich Russen? Jo, wir kämpfen wirklich gegen die Russen Ach, Mensch, nur noch ein Band-Tier Pferd-Gestalt, ist auch nicht hier Ah, das ist ein wenig. ja ich bin hier nebenbei am Nachrichten schreien das ist Ablenkung pur aber um diese Zeit muss ich halt schnell nachschreiben weil sonst geht es mir zu spät hey cool ich war nicht der letzte oh ich war auf dem 5 besten Platz von der Horde von einem zusammen mit weiter aber ich mich interessiert ja man nur von der Horde ich hoffe euch hat die Runde gefallen gegen die Russen immer die so wusste was sagen die immer blät okay ich hoffe euch hat die Runde gefallen ich freue mich beim nächsten Mal weiter bis dahin wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschu tschu